Herzlich Willkommen zu einer V-Mail Verkaufsvideo SA-1820 Buffet Grandpour Tenor Saxophon Vintage Horn, ziemlich alt, mit roter Partina überzogen. Ich finde es ist ein relativ bluesiges Instrument, deswegen spielen wir zwei an Blues. One, two, one, two, three, four. Musik Musik Also brutal vorn einfach, die Intonation ist auch super. Also zugreifen jetzt, wie gesagt, boah.